so jetzt haben wir noch eine relativ einfache map die nennt sich feierabend hier läuft ja eigentlich relativ schnell rechts oben zu dem tor hier haben wir auch schon viele rumfressende beißnahmen die da noch zwei runden beschäftigt sind zum glück ansonsten wäre das weit schwieriger hier auf jeden fall wieder mit dem riot shield arbeiten denn wir haben hier kontinuierlich spawnen von oben und von unten die uns nerven können dort an der stellung und über das riot shield bekommen wir hier auf jeden fall einige balser gehärtet und könnt euch so in aller ruhe am tor öffnen bedienen sag ich mal so und damit ist das für mich die einfachste map hier in dem challenge set und eigentlich immer noch relativ kurzer zeit erledigt haben ja auch im nightmare modus keine special biser wir haben den einen tank der sich links von der korte links auf der korte aufhält und eben wird also bis wir das tor geöffnet haben kommt er eigentlich nicht bis zu ins rüber dahingehend sollte das hier an der stelle jetzt weniger das problem sein gegen ende auch ja das wärs dazu